und ein herzliches willkommen wieder zurück bei einem weiteren kam vier am fünften november 2022 mit mir verleihung die glänze als hobby gegen susie bagger aus irland gruppe c3 mit me too hey die jüder den kennen wir doch schon hatten wir auch schon haben wir verloren hey und die leute werden langsam alle wache ich mal wie am samstag also wirklich muss aber ich manchmal ja Boah, schon wieder eine Sam vielleicht. Er oder sie ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Kann gut kämpfen. Und dann aber auch nur Gruppe C3, ne? Also, das ist seltsam. So, leider haben wir es gar nicht bei ihnen so schlecht. Nicht aufsteigen zu können. Ah! Ach komm, ich hab's noch vorgegriffen. Hm. Ach komm, ich hab's noch vorgegriffen. Schade, okay. Good fight, thanks. I hope I see you again. Das gibt wieder ein paar Punkteverluste. Die, die ich mir grad mühsam mit kleinen Punkten geholt hab, bin ich wieder abgezogen. Danke. Okay, danke fürs Zuschauen. Vergesst keinen Daumen hoch und ein Abo. Und dann sehen wir uns hauptsächlich im nächsten Kampf hier wieder bei Pokémon Tag NX auf Nintendo Switch mit mir voller YouTube Let's Plays als Hobby. Viel Spaß mit bei anderen Let's Plays. Tschüss.